ja willkommen mein name ist anjura lp und ich begrüße euch zurück zu let's play valkyria chronicles und zwar kapitel vier in der letzten folge haben wir am nagia planes planes ebene auf der nagia ebene haben wir angefangen wir haben showdown von nagia 1 abgeschlossen ja und hat ein attentat auf alicia abgefeuert sehr variiert irgendwie alles zerstört und ja wir haben die erste elfte der schlacht mehr oder weniger verloren weil sie war ja alles ausradiert hat und ja wie es alicia geht hat viel trotz bitte sehen wir da gerade das sehen wir jetzt wer machten so einen scheiß mann so eine tollwütige beserker aber kürich schon genug ist als ob sie eine tollwütige beserker aber kürich schon genug ist おはようございます o Memo 行で行ってみよう ここにおったちがいても aliciaにしてやれることは何もない 今は 押忠してくる提供軍をなんとかくいとめることが大事だ わかった また来よ alicia Da würde ich auch mal in einer Cut-Szene sehen. Hm? Ah, was ist das? Weil sie heißt nur Medic, sie hat noch nicht mal einen Namen, was soll das? So, dass wir uns nur mit zwei Personen sprechen können. Okay, dann bin ich erst mal in Tain. Ich bin schon wieder in Tain. Sorry, Largo. Ich habe mich bereit, zuerst. Ich weiß nicht, dass ich mir Zeit habe. Oh, was ist das? Ich habe die Kugeln aus dem Mell-Ki-O-T-Gunst. Ich habe die Kugeln aus dem Mell-Ki-O-T. Wache, Galien! Wache, Galien! Okay, um fair zu bleiben, bei unseren Snipern, die irgendwie nichts treffen können, ist es doch nicht verwunderlich, dass einige Schüsse vielleicht daneben gehen könnten. Also ich sehe, dass das schon möglich ist, dass das bei uns passieren könnte. Um fair zu bleiben. Also unsere Scharfschützen, die sind sehr gut im Danebentreffen, da irgendwie eine Kugel so abgedriftet ist, das kann vielleicht passiert sein. Weiß man nicht. So, Clashing Opinions. So kann durchaus sein, dass einer meiner Sniper Mist gebaut hat. Das muss es sein. Soll ich, dass ich die Regierung, die lege schützt, um zu nehmen, was sind. Das ist, aber Herr Schauf. Ich werde mit der Valkyrie, der im Nachhinein noch nicht verletzt, um den Versuch. Dann werden wir jetzt beherr, um zu denken, und zu versuchen, die Valkyrie zu verlettern. Okay, bitte 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 bitte. Dann soll die doch kämpfen, nicht beharrt. Ich habe den Gagliagum gebeten. Wie? Wie? Was machen wir jetzt? Was machen wir gegen den Valkuri, die alles kaputt haut? Erwachung. Was kann das wohl sein? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh, du wirst. Ich bin nicht so frei. Wir sehen uns trotzdem nicht. Dann haben wir den Gagliagum. Wir haben das hier noch nicht. Der ist dran. was ist passiert zwilling zwei kürzen wo sagt das zu bedeuten ja das sind glaub ich darum hat sagt okay Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie sind auch Valkurier. Valkurier sind nicht nur zwei. Geh! 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 Awesome! Ja! Das war doch mal... Ja! Richtig geile Cutscene. Alicia ist eine Valküre, so wie es aussieht. Auch wenn sie ihn jetzt nicht so graziös anzusehen ist, wie Savaria. Ja, irgendwie schon. Aber das ist schon was ich meine. So, schau dann nach Nagia 2. Oh, ja, ja, ja. So, jetzt haben wir eine eigene Valküre, die die ganzen Panzer plätten kann. Das ist doch mal gut. Sie wollen besser, als wenn Savaria erst macht mit unseren Panzern. Wer hätte das gedacht? Die Gegner haben sich doch formatiert, ganz oben. Und wir gehen einfach da rein. Wir werden da anfangen. Wir müssen nach oben hin. Einfach zusammenfassen. Wir müssen die Basis einnehmen. Die Gegnerische Valküre wurde neutralisiert bei unserer eigenen. Und das ist eine seltene Gelegenheit. Wir müssen die ausnutzen. Okay, die höchste Person vom Rang her. Das sind glaube ich wir. Okay. Hübsche Situation. Die Basis einnehmen. Aber die haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Als Einheit. Oh, Rosie und so sind schon automatisch dabei. Okay. So, wen tun wir? Nina. Hey, ich habe noch nicht. So kommt es dahin. So, ich glaube da ist ein etwas offenes Feld. Weswegen. Dann wo ich mich einfach raus holen. Ich glaube. Ding ist man auch. Man nennt sie. Ich nehme mal anderen. Juno. Dann noch. Jan. Als Rückenhalter. Ich meine. Pflanzen Einheit. Ja, das wollte ich sagen. Und dann noch. Noch ein Scout. Nummer zwei. Eika. Ja. Na mal los. Ja, wir müssen jetzt eigentlich ein bisschen einfacher haben mit einer eigenen Valküre auf unserer Seite. Könnte man meinen. Da war ja wohl die beste Katze im gesamten Spiel. So viel kann ich schon mal sagen. Ah, schön. Also scheinen sie war ja jetzt doch nicht so unbesiegbar mehr zu sein. Ich habe meine eigene Valküre. So, wir gehen jetzt weiter. Macht sie auch alles platt. Was auch nichts anderes zu sagen. Wie war gleich. Na gut. Die Herr Herrmann, wie war Alessia? Ich weiß nicht, aber... ... diese blaue Blatt ist... ... die Valkyrie. Wieso? Alessia war Valkyrie? Ich weiß nicht, dass ich nicht wahrnehmen kann. Wenn ich mich in der Arbeit verabschiede bin, ... dann kann ich mich nicht verabschieden. Ich habe mich überrascht, aber wir sehen uns kurz. ok wir sollten uns von ihr was da also ja ja überhaupt nichts mal ein liefer waren die eine person noch mitgenommen noch mal dieser den ab da sind commander los aber mach was du willst du bist auch schon so lange du nicht auf unsere panzer zielst ist das sehr schön ja als was sie trifft ist weg vom fenster die steuern ja ich würde sagen wir beenden dem part hier mal und die schlacht beginnen wir dann im nächsten part also bis dahin sehen uns schau